So, es ist eine Anlage zur Gasgewinnung und Aufbereitung. Du musst einen Weg zu den Einspritzventilen finden. Die Zentrale der Hinterhalte. Lass uns einfahren. Dieser Ort ist weitläufig. Weißt du, wo die Injektoren sind? Unter der Erde, in den Gasminen. Es sollte da einen Lift oder so geben. Was war das? Furcht. Okay, bin drin. Kämpfe hart. Und wir werden siegen. Okay. Daylan, was sind die Injektoren? Sie pumpen Flüssigkeit in den Boden, um an das Gas zu kommen. Sie dürfen da nicht rankommen. Also musst du zuerst die Pumpe sabotieren. Okay? Sei schnell, bevor sie zurückgesetzt werden. BetChrist. Schmerz. Tja, wert die Injektoren? Boat. Ja. Bist. Glaubst du, es gibt Geister auf Pandora? Ich meine... Hilfe! 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 Diese Züge tun immer so was jetzt. Das ist besser. Okay. Einfach nur Pandora kam. Ich habe mir die Schaubilder für diese Injektoren angesehen und sie sind ziemlich faszinierend. Wusstest du? Daylan, das klingt toll, aber wir stecken im Kampf. Oh, sorry. Manchmal vergesse ich, dass ich am Fluggerät sitze. Ja, viel besser! Du! Oh! Dann gewöhle ich mich an die NPAs. Stimmt. Oh, wie war das denn Pfeil? Oh, wie war das denn Pfeil? Oh! Das ist eine große Angelegenheit! Oh! Ich bin hier! Oh! Oh! Ich bin hier! Oh! 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 Oh ja! Komm her, take me then and see it! Die Toren abgestellt, Dela. Du kannst den Ruhren folgen bis zur... Wie war das noch? Fluidfertigung, ja. Sie nennen sie die Zecke. Die Kitt. Warum sind die Zecke? Alma, ich dringe weiter in die Basis vor. Sei aber vorsichtig. Es sind bestimmt noch welche drin. Was ist da draußen los? Wir haben die RDA überrascht. Sie dachten nicht, dass wir mit den Navi zusammenarbeiten. Es sind leider ganz schön viele. Die RDA hat ihre Truppen neu aufgestellt. Sie leisten heftigen Widerstand. Ist es schlimm? Es ist traurig. Ich bin kein General, aber gegen Menschen und Navi zu kämpfen, verwirrt sie wohl. Wir sollten... Sollte! Schatz hüpfen! Alma? Hallo? Alles okay? Sorry, wir sind okay. Das war knapp. Lass mich wissen, wenn du Harding findest. Hier werden schon jede Menge Gerüchte verbreitet. Weiter zur Verarbeitung. Hier verarbeiten sie das natürliche Gas zu Chemikalien zur Herstellung von Entzugslässigkeit. Da wird viel Druck in diesen Rohren herrschen. Wie nennt Alma das? Eine Achillesferse? Achillesferse. Eine Schwachstelle. Ich weiß nicht, wie du reingekommen bist. Entschuldigung. Schau mal, was du? Schau mal, was du? Schau mal, was du? Du Schwerbeschwein ist tot! Du hast nie wieder das Schraub. Aha, ich muss mal erst. Das war genau hier. Absicht, Kuntalt. Sie haben einen von uns erwischt! Ziel in Sie! Verstanden! Ich verbeute Kugeln! Sichtkontakt verloren! Wir haben die Leute und die Technologie. Was habt ihr außer Verfolge? Ich habe meine Freunde, Vorfahren und A-Wa. Das war's. 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 Das war's.